Hallo und herzlich willkommen zurück beim HWSQ bei Generation Zero Beta V09, ja genau, ähm, so. Hey, was machst du? Hab ich gemacht. Oh mein Gott. Ich geh da nicht rein, ich geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein, ich geh da nicht rein. Wollen wir die Frau vorschicken? Okay. Hier ist nichts, hier ist alles tot. Hey, was sind das denn für Dinger? Sind das wieder diese... Ja, warte mal, aber hier links. Safehouse unlocked, okay. Was ist denn passiert? Hier ist noch ne Tür. Haben wir den Kampf wirklich gewonnen? Hier sind über noch Türen. Hä? Haben wir den Kampf wirklich gewonnen, letzte Folge? Ist das der Spannungsbogen, den wir jetzt aufrechterhalten haben? Was für'n Kamm? Was für'n Treuschuhe. Ich mach mal Strom an, ne? Moin. Oh, wie cool. Ja, wir haben in so eigenen Bunker, wie geil ist das denn? Oh, hier kann ich kochen. Das wär jetzt noch geiler, wenn jetzt hier so Musik angehen würde. Boah, jetzt was essen. Geil. Das wär noch viel, viel lustiger und cooler, das wär so toll. Tobi, Tobi, Betten, komm hier hoch! Etaschenbetten, lass uns... Ich will oben schlafen. Ich will oben schlafen. Wir können auch beide oben schlafen. Nein, ich schlafe oben. Oh oh. Darf ich... Aber der Tobi hängt immer so durch. Tobi, darf ich dich mit Seife in der Socke verprügeln? Was? Einfach so aufm Bauch hauen, die ganze Zeit so, Full Metal Jacket mäßig. Was? Und da sitzt der Tobi dann und streichelt sein Gewehr am Klo. Wieso? Fridolin. Oh, guck mal Schach, was ne Überraschung. Oh, hier ist der Generator. Okay. Tobi, was ist los mit dir? Hä? Warum kann ich das jetzt hier nicht raus? Ich hab ein Attachment gefunden, aber... Weil du scheiße bist. Mann, ey. Du bist so scheiße, Tobi. Du Scheißkopf. Hatsch mal. Kraftaggregat. Oh, schön. Tobi, ich hab ne Sniper. So, Tag Tobi. Hast du auch Munition dafür? Aber ich glaub, es sollte nicht so sein, dass diese Dinger hier kaputt sind, oder? Ich glaub, dass... Vielleicht liegt das wirklich am Feuerwerk, dass die vielleicht so geblendet oder voll am Arsch gehen dann davon. Ich kann's mir nicht vorstellen. Richtige Loops auf jeden Fall. Okay. Oh, hey, schöne Müller, hey. Also, ich weiß, dass wir das auf jeden Fall vorher noch gehört haben und dann war es auf einmal weg, als wir Feuerwerk geworfen haben. Was denn? Das Feuerwerk. Doch, du hast gefurzt. Okay. Mhm. Aha. Mhm. I got time for time. Ist das jetzt der Bunker, den wir finden sollten eigentlich? Haben wir irgendwie eine Anzeige gerade bekommen? Warte mal. Ich hab irgendwas aufgehoben. Äh. Find the location of the scarven bunker. Ja, aber das ist doch der Bunker hier, Alter. Vielleicht die hier, ne? Drop item, drop item. Ehrlich gesagt, kann ich die hier auch wieder... Oh, kurz. Was ist das hier? Ist hier irgendwas... Haben wir irgendwas übersehen vielleicht? Nee. Hier auch was für die Handgun, aber irgendwie... Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hä? Hab ich das jetzt nicht genommen? Hä? Pan, hast du das gerade rausgenommen aus dem... Also Leute... Hast du das gerade aufgehoben? Hast du das gerade aufgehoben? Pan, hast du das gerade aufgehoben, die es compensatet irgendwas? Äh, ja, ja. Willst du das haben? Weil ich glaube, ich kann es nicht nehmen. Hier. Kann... Hast du... Hast du eine Rechtsklick gemacht mit Equip? Äh... Ne, ich hab's draufgezogen halt. Achso, warte mal. Ich guck nochmal, ob es geht. Äh... Ich glaube, das ist für die Waffe, die hier liegt. Liegt bei dir auch hier eine Waffe? Das ist die Möller, die wir eh schon haben. Ja, ist die das? Okay. Ja. Dann... Vielleicht ist das nochmal eine andere. Also ich kenn mich halt nicht aus. Ich weiß nicht... Wer macht denn hier immer das Licht aus? Das ist voll gruselig. Warum machen die das, die Penner? Weil die beiden kuscheln wollen. Deswegen. Okay. Okay, warte. Ich muss gucken, was du da machst. Stell dich mal hier in den Raum rein. Warte, Mann. Geh mal da in den Raum rein und guck einfach nur zur Seite. Stell dich mal hier, bitte. Guck einfach nur in Richtung Flur, ja? Ja. Und jetzt? Okay, jetzt der Erich. Ich will das auch mal sehen. Das ist so blöd, ey. Okay, warte, warte. Hä? Wie doof das ist? Er hat alles im Blick. Er hat alles im Blick, Leute. Voll der Safarito. Voll der Ententanz. Einfach. Damit hat der Tobi grad nicht gerechnet, als er das gemacht hat. Tobi, ey. Ciao. Hä? 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 Wir sind eine neue Spezies. Was ist jetzt los? Die Tür ist zugegangen. Ach so. Ach, die ist wieder auf. Kommen sie zurück. Kommen sie sofort zurück. Ich hab sie genau im Auge. Ich will die Story wissen, Matt. Ja, Mann. Also, wie machen wir jetzt weiter? Wollen wir jetzt hier unten bleiben? Wir müssen auch mal versehen. Ich will das nicht mehr ruckeln. Wir müssen zur Stadt. Wir müssen zur Stadt. Okay. Wir müssen jetzt im Shelter suchen for clues where everybody is. Wir müssen jetzt herausfinden durch den Shelter. Aber wie? Ab zum Shelter. Ich dachte, wir machen jetzt irgendwo eine neue Zivilisation. Ist das nicht der Shelter hier? Jetzt sollen wir alle hier poppen? Hä? Also ich nicht. Also ihr? Hä? Was? Oh, Leute. Hier, warte mal. Hä? Das sagst du? Was ist mit dem Erik? Könnte doch sein. Ich hab hier was aufgehoben. Locate the house. Ah, vier. Du hast nichts aufgehoben? Ich hab das auf der Karte gerade markiert. Das müsstet ihr alle jetzt haben, oder? Ja. Doch, ich hab gerade eine Map aufgehoben. Die hing an der Pinnwand. Oh, dann war das vielleicht das. Ich weiß es nicht. The road to Saltham. Hä? Das war aber schon. Komm Erik und ich machen ein Kind. Du und Tobi macht ein Kind. Wie das wohl aussehen wird. Find your way to Saltham Village. Locate the house of those responsible for civil defense. Boah, ist das dunkel, Alter. Holy shit. Bei mir ist eure vier jetzt markiert. Na, ich will hier nicht alleine. Warte mal. Warte mal. Geh mal ans Ende des Gangs, bitte. Geh mal noch was rein. Oh nein. Mach mal einer die Taschenlampe an. Ist schon. Ist schon. Okay. Können wir nicht zu dritt jetzt irgendwie das auch machen? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich wollte gerade zu dritt auf Curry zu gehen. Warte. Curry. Alles klar. Wie geil. Ich hab den Weg gefunden. Alter. Wie skurril das aussieht einfach. Ich hör mal echt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Tobi, Alter. Warum nicht? Oh nein. Der Technobunker. Der lauft mitten in die Stadt rein, ne? Passt auch. Ja Leute, let's go. Alles gut. Ich weiß nicht, wenn es sowas kommt. Let's go. Wir können halt hier in jedes fucking Haus rein, das ist so geil, ne? Ja, das wirft mich aber auch vor Probleme. Ja. Ja, dich auf jeden Fall. Oh mein Gott, da oben im Fenster steht ein Mann. Ist das nicht Gerald Dixon? Was? Oh, die haben hier nicht fertig. Der ist auf dem Tisch. Wie safe, Alter? Oh mein Gott, da vorne ist ein Roboter mit Taschenlampe. Jetzt sind wir down. Die Häuser sehen aber alle gleich aus. Da vorne ist ein Roboter mit Taschenlampe. Ja, es gibt auch kleinere Häuser. Warte Tobi, jetzt warte doch mal. Das sind irgendwelche Special Roboter. Wir sind tot. Mach eure Taschenlampe aus. Mach eure Taschenlampe aus, Leute. Oh Gott Tobi, ich glaub du kriegst Besuch. Kann das sein? Nein, Mann. Ich guck mir das von hier oben schön an. Ich guck mal, was die für eine Difficulty haben. Oh Leute. Difficulty. Was hat der da unten? Windowit. 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 Leute, das sind sehr, sehr viele. Hey Arschlöcher. Oh, wieder weg, denn ich kann denen einfach nichts tun. Ach, hier hinten. Warte Tobi, hier. Ich hab da was für euch. Guck mal da. Ja, wuuu. Dann halt so. Ey, was war das? Ich bitte Rückbedeckung. Die halten ja sehr lang auf. Oh, nice. Das hat überhaupt nichts gebracht, alter. Schnauze. Der wird hartgezählt, Kevin. Kondi, Komi. Komi, geil. Guck mal, du kannst sogar die... Du kannst sogar die... Die Laternen, die Straßenlaternen kaputt machen. Ja, das sieht doch voll geil aus. So. Konditori. Wer möchte ein Brötchen? Hier ist Tobak und Speel. Oh, da ist ne Bude. Ja. Da ist ein Auto im Wasser. Oh, geht nicht auf. Schade. Wadeloo. Hier ist doch viel. Wadeloo. Da ist ein Auto im Wasser. Oh, hier gibt's... Ah, geil. Hier gibt's Falukorf. Klassik-Typ. Nur für 12,90. Hellring. Und Fisk... Der Laden heißt Kunstsam. Boah, Fisk-Pinner? Oh, Fischstäbchen. Fisk-Pinner. Für 20,50. Fisk? Wie schön das hier gemacht. Guck mal hier. Fisk. Blutpudding. Boah, Blutpudding. Kostet nur 5,75. Geil. Boah. Ice-cream-Cones. Für 12,50 für 12 Stück. Das ist aber günstig. Die sind auch die ganzen Menschen weg. Oh Gott. Krabben! Krabben! Hier war einer. Er ist einfach rumgekrabbelt, die Drecksau. Nein. Wurden Einwohner zu Maschinen? Ich weiß es nicht. Das können wir nur beantworten, indem wir zum Ziel laufen. Jetzt! Wow! Erik hat coolen Loot gefunden. Das guck ich mir an. Okay? Was dropp ich denn jetzt dafür? Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Hey, hier ist eine Mission hier oben, ne? Nein. Ja, Siggi. Doch, hier... Ja, okay, okay. Dein Gesicht ist eine Mission. Ja. So, mal gucken. Was ist das für einer? Was ist denn da, Tobi? Warte, warte, Tobi. Warte, warte, warte. Oh. Hier? Wehe, du machst das jetzt. Ich bring dich um. Ich bring dich um, Tobi. Lass es, Tobi. Warte. Tobi, warte. Wir gehen mal hier rein. Ey, wo ist die Mission? Sag mal jetzt. Okay. Hier ist ein... Hier ist ein Tackle! Ein Tackle? Peter Scribble Note. Warte. Oh, warte, hier ist eine Bushaltestelle. Nee, hier kommt man Post. Ah, Post erst um 18 Uhr. Gut, da habe ich noch Zeit. Peter Scribble Note habe ich aufgenommen. So, Bustyp Tabeli, Lansbügs Traken. Aua. Huch. Mega, mega leck einfach. Hui. Ah, ich will sehen, was in der Note steht. Huch. Was denn da ist? Nice. Niceer Knarre. Geiler Zwiebel da. Hat der jetzt eine SMG, Alter? Ja. Nee. Geil. Die SMG-Automatik. Man kann Maschinen-Blueprints finden sogar. Oh, das ist aber cool. Können wir selber welche bauen, um eine Armee auf... Armee aufzustellen? Boah, stell' mal vor. Das wäre voll geil. Ba-ba-ba-bam, ba-ba-bam, ba-ba-ba-ba-bam. Hast du einen Indianer-Friedhof gefunden? Guck mal, das ist mein Haus. Ding-Dong, macha-ding-Dong. Mann, hier ist mein Haus. Guck mal. Mein Name ist nicht Ding-Pong, mein Name ist Tong-Ting-Pong. Das ist ja wunderschön, Curry. Ich hab hier Eis und das nicht rein. Ich hab First-Aids gefunden. Achso, ja, das ist das Curry-Baby-Haus. Geil, Tobi, geil. Das ist mein Haus. Du bist ein Baby. Was? Ein ganz kleines Baby. Ich hab mein ganzes Haus vollgekackt. Ja, schön. Ja, hier ist Currys Haus. Tobi, wollen wir gehen, oder? Hier. Guck mal, ich hab hier mein Haus vollgekackt. Guck mal. Da. Das ist echt widerlich, was die jetzt hier machen. Hier, Tobi, zieh doch bei mir ein. Lebe die da irgend so'n Kack-Fetisch aus, oder was? Ah! Zieh doch bei mir ein jetzt, Tobi. Ich beobacht grad den Nachbarn, Erik. Der ist echt Grinch. Guck mal kurz. Guck dir das mal an. Was macht der da? Mach die Taschenlampe aber aus. Der sieht nicht sonst. Oh, okay. Sag mal, wenn... Kann ich die Waffe aufmachen? Oh. Versteck mich mal hier im Busch. Ich versteck mich hier im Busch. Da sieht er mich nicht. Was ist mit dem, Tobi? Ah! 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 Keine Ahnung. Ein bisschen... Oh! Schiff ich durch! Ach! 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 Ich weiß nicht, dass sie wieder mit 50 kmh hier wegläuft gerade. Wo ist die Sporthalle? Wo ist die Sporthalle? War das Kundsamen oder war das... Hier ist Konditori. Ja, Konditori. Ich weiß nicht, war das Kundsamen? Voll süß. Ne, hier hinten. Hier, hier hinten. Was arbeitest du? Hier, hier was, hier was, hier was, hier was, hier was. Bist du? Da! Hier, hier, hier drin hab ich's gefunden. Hier. Das ist eine Sporthalle. Alles klar. Ja, okay, ne klein. Ist die da für euch auch drin? Ich kann gar nicht reinschauen gerade. Okay, warte, ich muss Weapons-Dromen. Ne, bei mir ist nur... Ach, du meinst du in den langen hier? Jaja, natürlich. Ah, ja. Warum kann ich denn da nicht reinschauen? Was wollen die Scheiße? Vielleicht weil die gerade besetzt ist von anderen Leuten. Ja, geh mal weg da. Oh Gott, welche nehm ich denn dann jetzt? Äh, warte mal, das hat mir Inventory voll. Habe ich auch Skill-Punkte eigentlich übrig? Oh, ja, stimmt. Okay, warte mal, ich muss auch... Ja, stimmt. Da sagst du was. Oh Gott, ich hab auch zwei Skill-Points. Point, 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 point! Ich muss unbedingt irgendwie hinkriegen, dass ich die Rucksackplätze freikriege. Das ist echt wichtig. Carry Capacity! Oh, ja, sehr schön. Ja, gern geschehen. So, kann ich auf die jetzt... Drop Item? Ich will auch so eine haben, warum darf ich die nicht haben? Nimm die doch einfach. Ich kann da nicht reinsch... schauen. Hä, wie, du kannst... nicht? Nee, ich kann da nicht reinschauen. Hä, das ging ja voll immer mit Rechtsklick. Warum geht das denn jetzt? Egal, ich geh mal weiter. Ich will nicht mehr mit euch spielen. Nein, warte doch mal. Die geht, die nicht, die... Ach, okay, ich lerne halt langsam. Ich kenn mich mit Waffen nicht so aus. Ja, Erik, du bist ein Profi bist du. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja mein Problem. Wir sind alle Profis. Das ist ja mein Problem, Curry. Aber wir sind doch Profis. Hey Tobi, lebst du noch? Ja. Alter, was hast du denn, Tobi? Ist das... Was ist das? Ist das die Galil, Alter? Das ist die... Dilapidated. Ach die, krass. Oh, für die hab ich ein paar Addons, wenn du brauchst. Warum kann ich denn da nicht reinschauen? Das ist voll scheiße. Tobi, komm mal her. Das ist 7, Moni, geil. Tobi. Ich komme. Komm mal her. Komm mal hier unter das Licht, unter die Lampe. Damit die Sachen gleich in den Ozean fallen. Okay, warte. Ich dropp dir mal was. Ähm... Das hier müsste für dich sein. Das hier müsste für dich sein. Okay, ich würd die Shot... Oh Gott. Das müsste für dich sein. Warte. Das ist alles... Hä? Das ist alles dilapidated. Okay, ich hab eine... Ich hab ne Dingens, ne Sniper. Passen die? Passen die alle? Krass, das eine hat gepasst. Das andere... Es ist mir viel zu ruhig hier. Ja. Das Ding ist so ne... Huch. Das hab ich auch, dieses komische Zielfeldrohr. Aber das passt irgendwie nicht. Das kann ich da nicht droppen. Kannst du an die Drecken droppen? Dreck... Dreck und droppen. Dreck und droppen. Guck mal bei Attachments. Bei Attachments. Wenn du drauf gehst auf die Knarre, hast du Attachments rechts. Dreck und dropp, Alter. Ja, ja, aber das ist rot. Also ich kann das nicht... Aber bei mir steht überall dilapidated. Steht bei mir überall drauf. Hm. Ich weiß nicht, das ist irgendein Wort. Aber so heißt die Knarre nicht, glaub ich. Vielleicht schon... Wollt die Feliz Navidad schreiben. Was ist denn das, dilapidated? Weiß ich nicht. Hm. Kaputt. Na gut, Hauptsache da passt was. Das ist die Hauptsache. Danke. Sehr gerne. Hey. So, neun Millimeter. Es ist einfach kaputt, Leute. Man kommt in der 166er. So. Wat? So, so war... Ich war beim Buschild. Ähm. So war in die vier? Ja, in die vier. Boah, Alter. Aber mir rödelt es ja grad ein bisschen. Die vier ist ja echt... Boah, das sieht so cool aus einfach. Das sieht so cool aus. Boah. Das ist einfach blöd. Good Lord. Enemy down. Nein, hör auf. Nicht schon wieder. Au. 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 Wär geil. Wär geil, wenn die Roboter so gesinkt werden. Also Synchronisation. Ja, das hört cool. Auf die Tür hier auf. Das war nicht scheiße. Aber ist nix drin. Wow. 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 Ich dachte das ist das Haustier, die Nummer vier. Hoppala. Die kommen so angelangt. Wow. Au. Ich dachte... Ganz kurze Frage. Wo ist denn die vier? Ich dachte das wäre jetzt hier in der Stadt gewesen. Wo ist das markiert? Das ist im Ozean. Das ist im Ozean. Warte mal. Das ist im Ozean. Guck mal auf der Map. No Title Prover. Hä? Warte hast du... Da vorne ist das oder nicht? So, hab dich immer weggeholt. Und jetzt? Warte mal. Locate the houses of those responsible for civil defense in. Okay. Okay. Also heißt das hier irgendwo muss... Penisse. Ah, da tut weh. Safe house? Achso, das war ja der Bunker, ne? Das ist der Bunker. Find your way to Salt Am Village. Boah, ich hab ein Top Secret Haus gefunden. Salt Am Village. Niiiitch. Ah! Boah, Gary, Alter. Entschuldigung. Ich hab gerade gegähnt. Das tut mir leid. So gähnt kein Mensch. Außer ein Kleve. Da fährst du nachts durch die Stadt und holst schon über... Ah! Ah! So ist das. Wir sind auch nur nachts wach. Alter, Panik. Ich hab Make-up gefunden. Willst du das haben? Schon wieder? Jetzt reicht's immer lang. Ich fühl mich diskriminiert. Oh mein Gott. Ich glaub, ich hab die nächste Stufe gefunden, wo es weitergeht, Leute. Bei mir hier. Das sind auf jeden Fall Robotoren. Nächste Folge. Tschüss. Ey, was? Genau. Hey, Leute. Ich bin voll bereit. Komm mal schnell hier rum. Was ist denn? Hier bei mir. Was ist denn mit dem Curry? Ist der wieder übernächtigt? Entschuldigung, dumme Leid. Ah, ja. Gekokt. Gekokt hab ich. Ich hab schönes Essen gekokt. Achem. Achso, ich dachte, du hast dir so eine Coca-Cola genommen. Direkt vor mir auf Südwesten, Leute. Nein. Doch. Ich mach den fertig. Ich will meine neuen... Ah, warte, ich hab einen Sniper. Ich kann... Alter, wir stehen hier wie bei den Mafia-Filmen damals. Stimmt, lass die mal weg, Sniper. Boah, Pan, was hast du getan? Was soll das? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Oh, da komm, da komm, die haben die uns gehört. Guck mal. Warte, ich... Ich kann die Dizion. Komm, ich probier mal. Wenn... Wenn das Gesicht... Wenn das Rote von denen... Dann... Oh, das war mir die Falschen jetzt. Dann sind die... Dann sind die... Was zu Ende war das jetzt? Was denn? Hat jemand ne Granate geworfen? Ne, ich hab ne Pumpgun rausgepackt. Ja, so muss das sein, Erik. Nein, so muss das nicht sein. Du hast mich getötet. Warte. Ja, wenn du immer im Streufeld stehst immer... Aber Friendly Fire ist doch gar nicht an. Eben. Ne, eigentlich nicht. Friendly Fire ist am 8. Dezember. Ja, eben. Schaltet alle ein. Ja. Schaltet bloß alle ein, sonst kommen die Robotonen. Alter, hier ist ein Feld. Ist das Fußball? Das ist Fußball, Dobi. Ja, das ist Fußball. Das ist Fußball. Das ist Fußball. Oh. Im Hintergrund müsst ihr ran schießen. Ran schießt. Putz. Tor. Sparen. Da kommt was gefahren oder geflogen. Seht ihr das? Auf Westen? Ich hab nur ein Auto gesehen. Der Auto liegt da. Huch, ja, da vorne. Warte mal, warte mal, warte mal. Auf Westen? Ich seh da nichts. Nein, das ist ne Drohne. Oh, da vorne, ja. Das sind fliegende Drohne. Der Sucher. Ich seh da nichts. Weg neben dem Tor. Easy. Auf Westen, sagste. Ja, genau. Auf Westen, ach da... Hä, da ist das Tor? Ach, da hinten irgendwo. Das ist keine... Das fliegt bei mir nicht. Da ist nur irgendwas. Doch, da ist bei mir was geflogen gerade. Was ist das denn? Jetzt wird es interessant. So, dann kommt die Richtung Roboter. Warte mal, was ist denn das für ein Scheinwerfer? Ist das ne Mähdrescher? Oh ja, es fliegt und es kommt. Oh. Quickscope. Weißt du das, so komische Geräusche? Vielleicht tut's uns ja gar nichts und hier... Das ist doch... Hm? Das war ne fette Hummel, die ich stechen wollte fahren. Ist es gezähmt? Ich... Ich hab Mitleid mit Roboter. Ich kann nicht hin. Wir sind so missverstanden. Oh, die hat nix dabei. Ach, das ist ne Ausruhen vor. Guck mal, wie bei... Wie bei... Wie bei Half-Life. Auf dem Kalender hier steht Oktober und in Rot daneben geschrieben. Fest mit nem kleinen Smiley. Oh. Oktoberfest. Oh. Oh. Nein. Jetzt muss ich an dieses kurze Video von Bloody denken. Oh. Bin sofort instant wieder verstört. Oh Mann, ey. Hey Pan. Hey. Ist ja sü- Kann mir nicht alle ein Pimmel? Nein. Was ist denn heute los, Mann? Ich hab ein Fehl-Radio gefunden. Nicht immer nur ich. Ich muss nicht... Gesundheit, Tobi. Gesundheit. Boah, geil, Tobi. Boah, geil. Das war so geil. Danke. Mysterious Power Outages hat es gegeben. Also Stromaus... Ganz mysteriöse Stromausfälle. Boah, ich find das zwar geil. Jetzt mit der Story... Ja, ich würd gern wissen, was passiert ist natürlich auch. Alle tot. Guck mal. Ich hab ein Radio gefunden. Was kann ich damit machen? Hä? Also nicht so ein normales Radio, sondern so ein Funk-Radio. Ja, sag ich doch. Hab ich vorhin auch gefunden. Hä, aber das ist nicht bei mir im Inventar. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, dat is it nämlich. Ach Tobi. Mann. Oh, da hinten, da hinten fährt noch ein Roboter. Ich seh ihn grad. Wo fährt der denn hin? Brumm, brumm. Nee, das ist... Ah, das ist... Wieder so ein Flugding. Da hinten ist wieder so ein Flugding. Da hinten ist wieder so ein Flugding. Ich guck, äh, Richtung Südwesten. Zwischen Süd und Süd. Alter, irgendwann... Irgendwann zeige ich euch mal mein gigantisches Herz. Irgendwann. Fang ich wieder zu leben. Irgendwann. 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 Müssen wir hier überhaupt hin, wo wir grad hinlaufen? Hä? Ich hab keine Ahnung. Pobi, spielt das denn eine Rolle? Ich schau grade mal. Entschuldigung. Locate the houses of those responsible for civil defence. Ist das zum Beispiel diese kleine Faust da, die wir auf dem Overlay haben hier immer? Rechts in der Stadt? Nee, das ist glaub ich... Find your way to Sartan Village. Ist das Safehouse? Hä? Aber da sind wir doch grade drin gewesen. Nee, Safehouse ist ja der Bunker gewesen. Hm. Vielleicht soll mal wirklich so der Faust. Vielleicht müssen wir da wirklich einfach... Die Faust ist das Questziel Road to Sheltem. Ist auf jeden Fall die Faust. Okay, dann machen wir das. Dann gehen wir einfach mal. Ab zum Haus, Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen. Boah, wie groß der Mond ist. Weil das freie Kunden macht auch. Ist voll geil. Das macht alles so Spaß, Pan. Das macht so Spaß. Okay, die Faust ist... Jetzt ist die Faust weg, wenn ich in der Stadt bin. Bist du in die Faust reingelaufen? Nee, da ist es wahrscheinlich nur so... Willst du auf? Okay, ich guck auch nochmal. Okay, wir müssen vielleicht doch die Häuser durchsuchen. Jetzt müssen wir jedes Haus durchschauen einfach, um irgendwas zu finden. Auf Hinweise. Irgendwas Defense Dingsbums. Ach, krass. Was ist das? Das ist heftig. Wow. Echt krass. Boah, stimmt. Wobei, was haben denn so viele Häuser da drin? Was ist das denn hier, Alter? Oh, super duper Knaro Fitti. Oh. Okay, Tobi geht da rein. Super duper to modify me. Wahrscheinlich irgendwelche Notizen oder so müssen wir finden. Irgendwas, der muss super schön singen können. Danke, Tobi. Für dich singe ich immer. Tobi, Tobi, du kommst jetzt zu mir hin. It's a kind of Tobi, Tobi. Hier ist nichts. Und wieder nichts. Es ist so schwierig. Ich muss gleich kotzen. Ja, Tobi, kotzt mal richtig. Tobi, 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 Nator, Tobi. Wie cool, dass alle gerade in anderen Häusern sind. Was ist das da unten? Oh, Tobi. Ach, Alter, geht's nur weiter. Ja, leckt mich da um Arten. Hier ist ein Klo, hier ist ein Klo, Leute. Ich hab Klo, glaube ich, gerade. Aber was suchen wir jetzt hier? Nach Hinweisen, Tobi. Nach irgendwelchen Häusern? Bei mir kommt gerade spannende Musik. Tiene Wittler. Warum habe ich spannende Musik? Ich glaube, ich habe ein Haus gefunden, Leute. Was vielleicht passen könnte. Hier sind zumindest so... So... Ja, ja. Ja, okay, kommt her. Das ist das Haus, wo wir hin müssen. Oh, ich habe hier ein Haus mit Hunting Rifle. Hier ist das Haus. Ist das das Haus vom Nikolaus, Curry? Hast du? Das ist das Haus vom Nikolaus. Hier ist auch wieder so ein Tape. Okay, Pan. Achso. Ja, ich bin auf dem Weg. Okay, gut. Hier ist aber ein Tape. Ein Tape habe ich auch gefunden. Aber ich habe es noch nicht abgespielt. Die muss man, glaube ich... Bitte mal fallen sie mich nicht. So, wo ist das Tape? Okay. Wo ist das Tape? Ah! Mission completed. Geil. Und hier ist das Tape. Hier, vielleicht möchte jemand anderes mal da drauf. Aber es passt... Hold eh to listen. Aber da passiert kein Ding. Home Team. Find out where all this civilian suit went. Message on Anitas. Also wir haben einfach nur jetzt eine Message abgepickt. Aber diese Messages, kann man die nicht irgendwo abspielen? Die müssen auch irgendwo sein, oder? Vielleicht noch nicht in der Beta. Okay, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt für ein neues Ziel? Get to the Evacuation Site at Salt Wellen. Irgendwas mit Salz. Mhm. Salt Wellen. Oh, wir haben eine neue Faust. Wir haben eine neue Faust, Leute. Ja, geil. Was ist da los? Oh, hier sind draußen Viecher. Was? Ich komme gleich. Ich muss mir kurz wieder anstreiten. Ja, ich will... Ich will gerne helfen. Du stehst in der Tür. Wir können nicht. Wir können nicht helfen. Der Evic-Ticker hat's Kinn. Hör mal, Harte. Dann rottet die Action. Boah. Was war das denn? Boah, was? Alter, was war das denn? Das war meine Granate. Boah, wie geil. Das ganze Haus ist ja... Hier, wenn es da rumgekippt ist, ja. Was denn? So, ich muss kurz hinwechseln. Ein bisschen nach. Ähm. Hä? Der ist grad ins Haus reingelaufen. Hä? Juhu. Okay. Wow. Wo die jetzt herkommen. Nice. Heftsch, heftsch, richtig heftsch. Das ist schon geil. So, Level up. Oh, noch mehr, noch mehr. Und ne Drohne. Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Wo, 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 wo? Vorsicht von hinten, kommt ganz wieder. Wo, wo, wo? Wir sollen vielleicht ins Haus rein. Gebt mal erstmal ins Haus rein. Ja, erstmal ins Haus. Oh, fuck die. Oh, fuck die. Oh, fuck die. Freunde, kommen die ins Haus, bitte. Mann, ich will den töten! Ja, aber sonst würdest du euch totfahren, ohne Scheiß. Wir können die auch aus'm Haus raustöten. Schließ die Türen! Schließ die Türen! Geht's hier raus? Nö. Oh, hier ist ein Rucksack. Erstmal looten. Oh, Schuhe. Neue Schuhe. Geh weg! Geht das überhaupt? Ja, das geht. Boah, das ist so cool. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay, nächster ist down. Weißt du was, ich mach was. Was denn? Geh nach oben. Warte, fahr nach oben? Mach sie alle fertig, Bahn! Mach sie fest! Ja. Geh aber raus, Mann. Wir kämpfen wie Männer. Jawoll. Jetzt wo keiner mehr übrig ist, oder was? Jawoll. Genau das möchte ich sehen. Alles klar, oben auf dem Berg ist noch einer. Oh. Na, da hinten. Mach sie fertig, Pan! Hey, hier war noch einer. Hä, ich mach gar nix. Ich will es hier unten. Guck, hier ist noch einer. Mach sie fertig, du dreckiges Flitzvieh. Da hinten, da ist er. Da, der läuft grad weg. Du dreckiges Flitzvieh! Boah! Alter! Oh Gott! Wie der voll weggesprungen ist! Oh, guck mal! Das war krass! Boah, wie geil das gerade war! Das hat voll Spaß gemacht! Das war krass, wie sie den Hinterhalt einfach rausgeballert haben, Leute! Boah, nice! Habt ihr das gesehen? Hitte mich, Kevin! Hitte mich! Huch! Hinterhalt! Du musst es da dazugeben, das Spiel macht mir voll Spaß! Ja! Oh, mein Spiel ist gerade... Oh, mein Win... Oh, Windows, komm! Jetzt mach keinen Scheiß! Oh, oh, oh nein! Windows Update, let's go! Nee, ich hab... Warte! Ja, was denn? Tobi! Aber wenn nicht, nicht schlimm, ich komm wieder rein! Ja! Ich bin deinen Hintern halt! Oh! Ja! Okay, das Spiel ist bei mir abgestürzt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Die Kriegerin nimmt sich nur eine kleine Auszeit! Was ist mit dem Gang los? Dauert ein bisschen! Hashtag Working! Hau rein hier! Oh, hier mal einen Shotgun! HITZ TEEE! Ah, die arme Pan! Wir brauchen einen Exorcisten! I hate you! Nach hier mal Shotgun! Wenn du so fragst... Ich bräuchte langsam mal... Ich bräuchte langsam mal einen zweiten Rucksack, wenn das weiter so geht hier! Oh ja! Oh ja! Nach hier mal Shotgun! Ich hab bisher nicht so krasse Probleme mit dem Loot, weil... Erik immer alles aufsaugt, dann geht das eigentlich ganz gut! Hä, aber wir haben doch alle mal den Loot! Nein, du saugst trotzdem mal auf! Okay, Pan, du bist doch noch E-Game! Ja! Pan, du bist noch E-Game bei mir gerade! Ja, ja! Ich bin aber gleich wieder! Okay! Haben wir denn eine neue Aufgabe? Ja, haben wir, ne? Ja, genau! Da hast du noch Shotgun-Motition! Nein, danke! Was ist da drin? Ah ja, okay! Haare! Oder irgendwas war da! Oder eine Mütze! Ah, ah, ah! Haarlem hab ich ja gefunden! Eine Harnröhre! Ey, mach das! Ist tough! So! Eingabe okay! Multiplayer! Oh, ist das nicht Kevin Klein? Falsch! Multiplayer! Ja! Äh, einfach Shift-Tab und Join! Join! Join einem von uns! Das geht am schnellsten! Tobi! We-Warte! Tobi! Was? Was tust du? Hase, was machst du? Hey! Jawoll, da bist du wieder! Ähm! Sehr geil! Was denn? Oh! Pan ist 2,5 Kilometer weit weg! Äh! Ähm! Oh mein Gott! Du bist wieder am Anfang! Äh! Oh nein! Ähm! Nö! Nö! Was? Kannst du nicht irgendwie so schnell reizend machen? Oh! Ne, ich guck grad! Ähm! Doch, kannst du! Du kannst... Zu Safehouse kannst du... Kannst du Fast Travel machen! Du kannst zum Bunker... Fast Travel machen! Klick mal auf den Bunker da! Bei uns! Wenn er bei ihr noch aktiviert ist jetzt, ne? Ne, bei... Bei mir ist es nur, äh... Saltham! Warte mal! Ich hab aber meine ganzen Sachen noch, okay! Hey, da ist doch ein Safehouse! Guck mal hier! Genau da, wo wir grad sind bei Saltham, ne? Das ist das Polizeihäuschen, das Symbol! Wenn du da drauf links klickst, kannst du Fast Travel machen! Also ich kann... Stop Tracking! Ich hab's getrackt halt einfach nur! Du hast kein Fast Travel da! Hast du... Hast du keine Safehäuser? Oh nein! Doch, ich bin ja die... Warte mal! Ich kann zu jedem... Zu jedem Safehouse kann ich Fast Travel machen! Ja, ich auch! Ja, ich müsste das sein... Warum kann ich das nicht machen? Das sehen wir in der nächsten Folge! Ich bin ja auch nicht sicher! Ne, warte mal! Ehrlich jetzt! Wo... Wo geht das nicht? Ähm... Warte mal, warte mal! Alles gut, alles gut! Lass mich kurz... Da ist die Pan einfach bei Björknes Kogen! Da würde ich dann nicht Urlaub machen! Das ist... Sorry! Das Safehouse habe ich auch gar nicht... Ich... Das Icon hier gar nicht! Ich finde die Scheiben mega cool, ey! Okay! Hm... Das ist heute nicht so mein Tag mit der Aufnahme! Wollen wir mal kleine Folgenpause machen und dann... Nächste Folge sehen wir uns dann wieder! Ja, das machen wir so, oder? Ich glaube das ist sinnvoll! Da haben wir jetzt keinen Stress und so! Genau! Nächste Folge ist die Pan dann wieder bei uns! Genau! Ich bin so lange in der Sandkiste hier! Hey Erik! Lass mich mitmachen! Lass mich mitmachen! Tobi! Der liegt doch da in der Sandkiste! Wer ist mein Penis? Ja! Hier! Der Anfang zumindest! Hier! Das kleine Ding da, ne? Eichel! Ja, genau! Der E-Penis! So! Körnchen nenn ich ihn jetzt! Ja dann bis zur nächsten Folge! Tschüss! Ihr könnt mich einfach beide machen. Körnchen, komm zu Papa. Körnchen.